Ich bin Direktor der angloamerikanischen Abteilung des Historischen Instituts der Universität zu Köln. Ich lehre nordamerikanische und australische Geschichte mit den Schwerpunkten African American History, Geschichte der Rassismen und Geschlechtergeschichte. Ich muss dazu folgende Geschichte erzählen. Als ich 1970 mit meinem Studium in Köln angefangen habe, stand ich ziemlich verloren in der Bibliothek des Germanistischen Instituts rum. Und da näherte sich ein älterer Herr und sprach mich an und sagte, was machen Sie denn hier? Sie haben ja anscheinend überhaupt keine Ahnung. Und als ich ihm dann sagte, das sei mein erstes Semester, nahm er mich mit in sein Büro und hat mir alles erklärt. Dieser Mann war Karl Otto Konradi, ein weltberühmter Germanist. Und in gewisser Hinsicht ist das typisch für die Universität zu Köln. Das heißt, Leute haben Zeit, miteinander zu reden. Sie reden auch mit einem, wenn man vielleicht nicht so wichtig ist. Und die ganze Universität lebt von diesem Austausch zwischen den Disziplinen. Das finde ich sehr schön an Köln. Mein Name ist Norbert Finch. Ich bin Direktor der Anglo-Amerikanischen Abteilung des Historischen Instituts der Universität zu Köln. Meine Ideen für die Zukunft. Ihr Zombie-Amerikanischen Abteilung des Westens partly beides. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020